Hallo zusammen! Ja, das ist jetzt das erste Video. Heute geht sie los, die große Reise. Ich habe das ja in einem anderen Video schon mal erwähnt. Wer jetzt das erste Mal hier auf meinem Kanal ist, sage ich es nochmal kurz. Also für uns geht es gleich per Transfer zum Frankfurter Flughafen hier vom Hotel aus und dann über London nach Los Angeles, wo wir dann morgen von Long Beach aus eine Kreuzfahrt, eine vier Nächte Kreuzfahrt mit Royal Caribbean unternehmen auf der Navigator of the Seas. Danach noch natürlich dort Nächtigen nach Rückkehr, um Sightseeing in Los Angeles zu betreiben. Und dann geht es mit dem Mietwagen über den Highway 1 bis nach San Francisco. Da haben wir aber auch noch zwei Zwischenübernachtungen und wollen uns noch einiges ansehen. Ja, und da wird es natürlich entsprechende Vlogs geben. Ich nehme euch hier mit. Wer genaue Infos zum Beispiel auch hier zum Hotelzimmer oder sonstiges haben möchte, der kann auch gerne auf unserem Businesskanal, sprich auf dem Kanal unserer Reisevermittlung vorbeischauen. Und da wird es dann solche informativeren Videos zu dieser Reise auch geben. Ich setze euch den Link zu dem Kanal hier unten in die Infobox. Ja, aber jetzt legen wir hier erstmal los. Mein Mann ist gerade noch im Bad. Ich fahre da zuerst. Gleich frühstücken für so eine Kleinigkeit. Wir haben uns gestern so einen Snack bei Lidl geholt, weil wir hier zu früh los müssen, um hier oder hier im Hotel auch kein Frühstück ist. Ja, und dann hoffen wir, dass heute mit den Flügen alles so weit glatt geht. Ja, und dann hoffen wir, dass heute mit den Flügen alles so weit glatt geht. Ja, und dann hoffen wir, dass heute mit den Flügen alles so weit glatt geht. Hallo aus London. Und dann, ja, wir sind, waren dann hier so gelandet, war ein wunderschöner Landeanflug. Das G-Bilder ja gesehen. Ja, jetzt sind wir schon durch die neue oder durch die erneute Security, haben die Boardingpässe schon für den nächsten Flug und warten jetzt quasi, dass es losgeht. Und dann endlich Richtung L.A. Hey, wir essen jetzt hier noch eine Kleinigkeit. Dann müssen wir sagen, wir haben gerade mal den Umrechnungskurs geguckt, weil wir uns dann gar nicht so sicher waren. Und ja, also wenn man hier die Preise vergleicht, ist das relativ günstig am Flughafen im Vergleich zu dem, was wir heute Morgen in Frankfurt da so für gewisse Sachen wie Sandwiches und so weiter bezahlen sollten. Ja, von daher genießen wir jetzt noch hier so ein Sandwich. Eckart holt es gerade. Ich warte hier kurz. Ja, dann geht's dann bald weiter. Und jetzt noch Hele! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir sind jetzt endlich in unserem Hotel angekommen, war eine etwas längere Fahrt und wir haben Uber genutzt. Ja, Hotelzimmer, ganz schnucklig, wir haben sogar eine kleine Küche, ja, aber ist ja auch nur für die eine Nacht jetzt. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen Long Beach erkunden, so schön im Dunkeln beleuchtet und euch nehmen wir natürlich mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017